Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja gut. Naja, es ist nicht Gänzlich nicht ohne Schlaf, aber Es hat gereicht in den Tülen mit 1,30 Sie können die Waffenpiste mit der Deco Ach, du bist schon da Sehr gut Da freue ich mich an den Leuten die Arbeit machen Der Typ mit der Pumpgang geht Der Typ mit der Pumpgang geht Der Typ mit der Pumpgang geht Achso, das ist super So Das brauche ich doch Wo ist denn der? Ja Okay Du kriegst das ja ab, mein Freund Ja, ähm Ein paar Löcher sind drin Da müssen wir hinein Da müssen wir hinein Oh, sogar mit Leder sitzen Schön bequemt Okay 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 Ja 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 Das ist mir gänzlich unangenehm hier drin. Das ist ein schönes Auto. 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 und nicht durchlässert ihr dürft gerne alle umfragen ich bin schon da aber jetzt habe ich das da habe ich mich schon genau richtig positioniert scheiße ja das relativ tief fix komm schon komm komm ja 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 Wir sind in der Nähe des Geheimers. Wir sind in der Nähe des Geheimers. Wir sind in der Nähe des Geheimers. Oh, wow.